Ja, liebe Geschwister, lasst uns auf Gottes Wort hören, was er uns zu sagen hat. Und wir sind im ersten Buch Mose, in Kapitel... Ja, wir kommen ins letzte Kapitel rein, in Kapitel 50, wobei wir noch nicht ganz fertig waren mit Kapitel 49. Und das wollen wir auch nicht unterschlagen. Stefan hat uns letzte Woche so schön dargelegt, wie Jakob, der Stammvater Israels, ja, sein eigener Name, sein neuer Name ist Israel. Und das bedeutet, von Gott regiert. Wisst ihr, das ist das, was im Evangelium ganz am Anfang steht, dass Jesus gesagt hat, kehrt um, denn das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes ist nahe. Und in allem, wovon Jesus gesprochen hat, oder in den meisten Dingen, von denen Jesus gesprochen hat, ging es um das Reich Gottes, um die Herrschaft Gottes. Und letztendlich ist genau das auch das, was Israels Name aussagt. Derjenige, der sich immer dagegen gesträubt hat, der seinen eigenen Weg gesucht hat, der Listige, der seine eigenen Listen überlegt hat, seine Methoden, seine Tricks, wie er seine Ziele erreichen konnte. Er musste am Jabbok erkennen, dass ein anderer über ihn herrscht. Dass ein anderer größer ist, ein anderer stärker ist. Und ich glaube, dass das ein Sinnbild ist für die Krise, in der unsere Welt sich heute befindet. Gott ringt mit uns, mit der Menschheit. So wie Gott mit Jakob am Jabbok gerungen hat. Und so wie Gott Jakob auf die Hüfte geschlagen hat, so dass er nicht mehr richtig laufen konnte, er konnte nur noch hinken, so schlägt Gott uns. Nicht um uns zu vernichten, sondern um uns zur Umkehr zu bringen. um uns, ja, dieses Wort, dass wir inne werden, dass er Gott ist und nicht wir selbst. Nicht wir haben uns gemacht, sondern er hat uns gemacht. Nicht um uns geht es in unserem Leben, sondern um ihn. Er ist das Zentrum des Universums, nicht wir. Nicht ich als einzelner Mensch und auch nicht wir als Menschheit. Und dennoch sind wir Gott so wichtig, dass er mit uns ringt. Ja, noch mehr. Er hat seinen eigenen Sohn gesandt, um uns zu retten, um uns zu erlösen. Und diese ganze Geschichte von Jakob und seinen Söhnen, sie ist so wunderbar. Man sieht so viel von dem, was Gott so vorhatte in der kommenden Zeit und in der Zeit, die danach kam. Und davon hatte Jakob ja seinen Söhnen, mit seinen Söhnen gesprochen, auf seinem Sterbebett, als er sie alle gesegnet hat. Jeder mit seinem eigenen Segen. Das ist interessant. Gott segnet jeden mit seinem eigenen Segen. Es bringt überhaupt nichts, dich zu vergleichen mit deinem Nebenmann. Es bringt überhaupt nichts, dich zu vergleichen mit irgendwelchen Menschen, die du aus den Medien kennst. Es bringt überhaupt nichts, dich zu vergleichen mit deinem Nachbarn. Noch nicht mal mit deinem eigenen Bruder im Fleisch oder deiner Schwester im Fleisch. Es bringt nichts. Gott hat jeden, für einen jeden, seinen eigenen Segen. So empfängt jeder der zwölf Söhne Jakobs einen eigenen Segen. Und ja, der eine wird stärker gesegnet als der andere. Und wir fragen uns, woran liegt das? Warum wird der eine mehr gesegnet als der andere? Warum empfängt der eine einen größeren Segen als der andere? Das Neue Testament sagt uns, dass wir empfangen vom Heiligen Geist nach dem Maß, wonach der Heilige Geist jedem Einzelnen zuteilt, zugeteilt hat. Der Heilige Geist gibt, wie er will. Geschwister, es ist eben nicht an meinem Laufen, an meinem Wollen. Ich kann nicht Gott dazu zwingen, auf irgendeine Weise dazu zwingen, mir etwas zu geben. Ich kann an keiner Stelle meines Lebens sagen, aber Gott, das habe ich verdient. das steht mir zu. Wir stehen alle unter dem Fluch. Wir sind alle gefallene Kinder Adams und Efas. Wir stehen alle unter dem Fluch Gottes. Wir sind alle Kinder des Verderbens, alle Kinder des Zorns. Nichts steht uns zu. Das, was wir empfangen, ist Gnade. Deswegen heißt es auch von den Gaben des Geistes, dass es Gnadengaben sind. Es ist Gnade. Die Segnungen Gottes sind Gnade. Und so wird jeder der Söhne gesegnet. Auch die, die es scheinbar nicht verdient haben, werden gesegnet. Mit unterschiedlichen Segnungen, mit unterschiedlichen Gaben, weil sie auch unterschiedliche Aufgaben haben. Und wir haben gesehen, dass besonders zwei Söhne im Fokus des Segens Jakobs standen, weil sie dann auch ihre Nachkommenschaft, besondere Bedeutung für das Volk Israel hatten. Das eine war Judah. Judah als derjenige, der die Rolle des Erstgeborenen übernommen hat. das haben wir schon in der ganzen Geschichte gesehen, wie die Brüder sich verschworen haben gegen Josef und ihn verkauft haben nach Ägypten. Wie sie, und das war Judas Idee. Aber Judah war auch derjenige, der durch sein, ja, durch diese, diese, die, wie er mit seinem Vater Jakob gesprochen hat und ihm die Verantwortung übernommen hat in der Familie auf eine Weise, die göttlich war. So konnte Jakob seine Söhne wieder ziehen lassen, damit sie den Sohn, der gefangen war, wieder nach Hause holen sollten. Und so hat er ihm Benjamin mitgegeben, anvertraut. Und Judah hat sich dessen würdig erwiesen, denn als es dann darum ging, dass Benjamin nicht mehr zurückkehren konnte zu seinem Vater, weil Josef das so wollte, da hat Judah sein eigenes Leben angeboten. Er hat das, was er vorher getan hat, nämlich seinen Bruder in die Sklaverei zu verkaufen, um seinem Vater was auszuwischen, er hat genau das Gegenteil getan. Er hat Buße getan, er ist umgekehrt und hat stattdessen sein eigenes Leben angeboten, dass er in die Sklaverei geht, für seinen Bruder, zum Segen für seinen Vater. Und darin ist er Christus ähnlich geworden, darin hat er den Geist Jesu in sich gezeigt. Wir sehen das in vollkommener Weise in Jesus Christus erfüllt, dem Nachkommen von Judah. Er, an dem keine Sünde war, hat sein eigenes Leben angeboten für uns, für uns Sünder. Zur Ehre und zur Freude, zum Wohlgefallen des Vaters. So ist Judah, steht Judah im Zentrum des ersten Teils des Segens, Jakobs, in Kapitel 49. Es wird vorausgesagt, dass aus ihm der Herrscher hervorgehen wird, aus ihm auch der endzeitliche König hervorgehen wird, dem der Gehorsam der Völker gehören wird. Mittendrin in dem Segen, als Jakob, als Sterbender auf seinem Bett, wie gesagt, er wendet sich nicht seinem eigenen Leid zu, er dreht sich nicht um sein eigenes Leid, um seine eigene Krankheit, um seinen eigenen Tod. Nein, er schaut in die Zukunft, Visionär, mit Alters Weisheit, schaut er in die Zukunft und Gott lässt ihn durch seinen Geist das zukünftige sehen und so gibt er seinen Söhnen diese Prophezeiungen weiter, diese Segnungen und Prophezeiungen für die spätere Zukunft. Aber mittendrin, ja, sagt er in Vers 18 von Kapitel 49, auf deine Rettung, Herr, harre ich. Im Blick auf diese Zukunft und auch auf die ganzen Herausforderungen und Kämpfe, die seine Söhne und seine Nachkommen, wodurch sie hindurchgehen werden, betet er. Betet auf seinem Sterbebett, auf deine Rettung harre ich, Herr. Er streckt sich aus nach Gottes Rettung, nach Gottes Heil. Er weiß, ich brauche Gottes Kraft jetzt, um diesen Segen und diese Prophezeiung zu Ende zu sprechen. Mir geht der Atem aus, mir geht das Leben aus, Herr, hilf mir. Aber vielleicht ist es auch ein Gebet in Bezug auf sein ewiges Heil, Herr, rette mich aus dem Tod heraus in die Ewigkeit hinein. Und dann vollendet er seinen Segen und wie gesagt, im zweiten Teil wird besonders sein Lieblingssohn Josef bekommt einen fetten Segen ab. Josef, der auch ein Vorbild für Christus ist, in dem wie er gelitten hat für sein Volk, für seine Familie. Er wurde verkauft, so wie Jesus verkauft wurde. Er hat gelitten für sein Volk, für seine Familie, wie Jesus gelitten hat für uns. und er hat dann sein Volk zu sich gezogen, wie er Israel zu sich ziehen wird, wie Jesus Israel zu sich ziehen wird, wie er uns auch alle zu sich gezogen hat, um uns dann in die Herrlichkeit, in die Versorgung, in den Segen hinein zu führen, uns allesamt. Er hat uns versöhnt mit unserem Vater. Jesus hat das getan und Josef ist auch so einer. Er hat seine Brüder mit sich selbst und mit seinem Vater versöhnt. Deswegen werden ihm hier diese großen Segnungen gegeben. Der Segen liegt auf Jesus. Und du und ich, wir sind gesegnete, weil wir in Christus sind, weil wir an ihn glauben, weil wir in seinen Leib hinein getauft sind, weil wir Teil seines Leibes sind, weil wir zu Christus gehören, sind wir auch gesegnete, gesegnet mit dem Segen Abrahams, gesegnet mit dem Segen Isaks, gesegnet mit dem Segen Jakobs, gesegnet mit dem Segen, der auf Christus ruht. Und dennoch bleibt es so, wie Jakob seine zwölf Söhne segnet, jeder mit seinem eigenen Segen, so sind wir jeder mit unserem eigenen Segen gesegnet. Und das unterscheidet sich sehr, sehr voneinander. Und wir haben alle unterschiedliche Gaben, wir haben auch alle unterschiedliche Aufgaben im Reich Gottes. Das Entscheidende ist, dass wir unserem Herrn treu sind, dass wir uns erfreuen an dem Guten, was er uns gegeben hat, dass wir dankbar sind in allen Dingen, die wir empfangen haben. Und jeder von uns hat empfangen. Jeder von uns empfängt sein Gutes, sein Segen. Und jeder von uns empfängt etwas, um es einzusetzen für das Reich Gottes. So steigen wir hier jetzt ein in Kapitel 49 Vers 29 Und er befahl ihnen und sagte zu ihnen, Jakob befiehlt seinen Söhnen und sagte zu ihnen, bin ich versammelt zu meinem Volk, dann begrab mich bei meinen Vätern in der Höhle, die auf dem Feld zum Erb gekauft hat. Dort haben sie Abraham begraben und seine Frau Sarah. Dort haben sie Isaac begraben und seine Frau Rebekah. Und dort habe ich Lea begraben. Interessant diese Aufzählung. Jakob ist es wichtig, diese Gemeinschaft mit seinen Vorvätern, mit denen, die ihm vorausgegangen sind, die ihm im Glauben vorausgegangen sind. Abraham und Sarah. Hagar ist dort nicht begraben, Ismail ist dort nicht begraben, aber Isaac, der Sohn der Verheißung, der Sohn des Glaubens und seine Frau Rebekah, ja, sein Vater und seine Mutter sind dort begraben, aber nicht nur seine leiblichen Vater und Mutter, darum geht es nicht zu aller erst, es ist die geistliche Familie. Es ist diese Hoffnung auch auf die Zukunft, auf die Gewissheit da, auf die himmlische Stadt, wie Hebräer das Elfters sagt. Gott hat uns eine himmlische Stadt bereitet. Sie glaubten an die Auferstehung. Es ist aus dem ersten Buch Mose nicht immer so klar ersichtlich, aber der Geist Gottes offenbart es uns im Hebräer Elf. Sie glaubten an die Auferstehung. Sie wussten, das geht weiter nach dem Tod. Das ist nicht zu Ende. Und sie drückten das aus in diesem Ausdruck, ich werde versammelt zu meinem Volk. Und dieses Volk ist nicht einfach nur die leibliche Abstammung, sondern das ist die Familie der Verheißung Gottes. die Herausgerufenen dort an diesem Erbbegräbnis sind als Zeugnis sozusagen für die damalige Zeit. Die versammelt, die begraben, die auch geistlich versammelt sind, die geistlich schon, die bei Gott schon sind. Wir sehen das in Lukas 16. Da erzählt Jesus die Geschichte von einem armen Mann, der stirbt auf der Straße, ein furchtbares Leben geführt hat in Armut und dann auf der Straße elendiglich stirbt. Aber was passiert? Er sagt, dieser arme Mann, der sein Vertrauen auf Gott gesetzt hat, er wird von den Engeln in den Schoß Abrahams gebracht und sitzt dort im Schoß Abrahams und Abraham in der Gegenwart Gottes. Jesus spricht davon, wenn er sagt, es werden viele kommen, von Osten, Westen, Norden, Süden, die werden zu Tisch sitzen im Reich Gottes mit Abraham, Isaac und Jakob. Sie sind da, sie leben. Er sagt es auch an anderer Stelle, Gott nennt sich der Gott Abrahams, Isaks und Jakobs, denn für ihn leben sie. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern für ihn leben sie. Und es ist nicht ein Leben, wie wir das manchmal säkular so ausdrücken, in irgendwelchen Todesanzeigen wird dann gesagt, ja in unseren Herzen lebst du weiter. In Gottes Herz leben wir alle weiter. Er denkt an uns, wir sind tot, wir sind irgendwie, wir liegen unter der Erde, wir werden zu Staub, wir fallen zu Staub, uns gibt es nicht mehr, aber in seiner Erinnerung leben Nein, das ist nicht unser Gott. Der ewige Gott hat verheißen, uns ewiges Leben zu geben. Und Jesus Christus ist das Siegel dafür, der Unterpfand dafür. Jesus Christus in dir, der Heilige Geist, der auferstandene Jesus. Er hat den Tod überwunden. Und auch wenn sie das vielleicht nicht so klar und deutlich gesehen haben, wenn sie nicht genau wussten, warum und wieso und wie das alles vorzustellen ist, so hatten die Väter und Mütter im Glauben tatsächlich eine Gewissheit darüber. Das endet hier nicht. Wir werden versammelt zusammen. Miteinander. Die Kinder des Glaubens. Und deswegen, das ist der Ausdruck, wir wollen in diesem Grab begraben werden. Das ist sozusagen das Zeichen dieses neuen Landes. Das ist das Zeichen Israel. Dort will ich begraben sein, weil dort werde ich auch auferstehen. Dort werde ich leben in dem verheißenen Land. Mit meinen ganzen Nachkommen. Dort werden wir alle zusammen Gott anbeten und Gott die Ehre geben. Und das wird geschehen. Es wird kommen. Der Tag wird kommen. Interessant ist bei dieser Aufzählung aber, was Jakob über seine Frauen sagt. Er hat ja nun zwei Frauen gehabt. Und die ganze Geschichte übersehen wir immer, dass eigentlich Rahel die bevorzugte war, die erliebte. Lea war sozusagen ja irgendwie das war halt der Unfall. Jakob hat sie ihm wie heißt er noch Laban Laban hat sie ihm untergejubelt sein Schwiegervater. Er wollte Rahel heiraten, aber Laban meinte die Älteste muss zuerst verheiratet werden. Also jubele ich sie ihm unter. Wenn er ordentlich was getrunken hat bei seinem Hochzeitsfest dann wird er nicht gleich merken dass die das ist und so wachte er nach der Hochzeitsnacht auf und stellte fest das ist ja gar nicht Rahel das ist ja Lea und sie war zurückgesetzt und Gott hat das gesehen und es wird ja in dem ganzen wir haben die Texte gelesen und haben gesehen dass Gott das gesehen hat dass Lea zurückgesetzt wurde und Rahel bevorzugt wurde und er hat sich um die zurückgesetzte gekümmert und sie hat ihm Söhne geboren und ja dieser Judah aus dem Jesus hervorgehen wird der Retter kommen wird Judah ist es und Judah war auch derjenige es gab am Anfang war es so wichtig für Lea dass sie durch die Geburten ihrer Söhne ihren Mann beeindruckt aber beim vierten Sohn kam eine gewisse Ruhe eine Ruhephase hinein sie sagte jetzt will ich den Herrn preisen jetzt will ich nicht über meinen Mann nachdenken über meine Zurücksetzung nachdenken jetzt will ich nicht triumphieren gegenüber meiner Schwester sondern ich will den Herrn preisen das war Judah das bedeutet Judah Lobpreis an Betung und er ist es durch den der Herrscher kommen wird und so hat er es prophezeit und ich weiß nicht ob es in diesem Moment erst ist auf seinem Sterbebett dass er wirklich das erkennt aber wahrscheinlich hat er es schon vorher erkannt als Lea gestorben ist er hat sie nämlich begraben dort an dem Platz an dem Ort wo das Erbbegräbnis war Rahel wurde unterwegs begraben sie Geburt Benjamins und wurde unterwegs begraben in Bethlehem in der Nähe von Bethlehem es wäre kein weiter Weg gewesen um nach Hebron zu kommen um dort das Begräbnis durchzuführen aber Rahel wurde dort nicht begraben Lea wurde dort begraben und das zeigt uns dass Gottes Wahl wieder wie wir das so oft haben Gottes Wahl ist anders hier ist es interessanterweise mal die Erstgeborene die gewählt wird von Gott weil sie abgelehnt wurde im weltlichen Maßstab so wie Gott bei den Kindern oft den Jüngeren erwählt hat wir haben das gesehen bei Ismael und Isak wir sehen das bei Esau und Jakob Jakob der Jüngere wurde erwählt auch von Josefs Söhnen haben wir das vor kurzem gesehen wo Jakob seine Enkel segnet Ephraim und Manasseh und Ephraim ist der Jüngere und er wird als Erstgeborener sozusagen von Gott gewählt und hier ist es genau umgekehrt diejenige die zurückgesetzt wurde sie wird von Gott erhöht Gott erhöht die die gedemütigt sind die Elenden die Armen die demütigen werden erhöht von Gott die hohen und erhöhten und erhabenen und selbstgerechten und starken sie werden gedemütigt sie werden erniedrigt die hochmütigen widersteht Gott aber den demütigen gibt Gott Gnade das Feld und die Höhle die darauf sind sagt Jakob weiter und das sind seine letzten Worte sind Besitz gekauft von den Söhnen Heth und als Jakob damit geendet hatte seinen Söhnen Befehle zu geben zog er seine Füße aufs Bett herauf und verschied und wurde zu seinen Völkern versammelt nichts von dem was er seinen Söhnen angekündigt hat haben sie erlebt hat er erlebt er hat es im Glauben geschaut Gott hat es ihm gezeigt und er hat es im Glauben in Zuversicht ausgesprochen über seine Söhne über seine Nachkommen ihr werdet in dieses Land einziehen ihr werdet dort es in Besitz in Besitz ihr werdet dort Kampf haben aber ihr werdet auch siegreich sein und er hat den Messias gesehen und im Glauben an den Messias den Christus der kommen wird den Nachkomme der der Schlange den Kopf zertritt in diesem Glauben ist er gestorben Kapitel 50 da fiel Josef auf das Angesicht seines Vaters und weinte über ihn und küsste ihn und Josef befahl seinen Dienern den Ärzten seinen Vater einzubalsamieren und die Ärzte balsamierten Israel ein darüber wurden 40 Tage für ihn voll denn so lange wehrte die Zeit des Einbalsamierens und die Ägypter beweinten ihn 70 Tage so sehr war Josef geehrt und geachtet in Ägypten dass sie Anteil genommen haben am Tod seines Vaters Geschwister es ist gut Anteil zu nehmen wenn unsere Geschwister jemanden verlieren ihren Vater ihre Mutter wenn sie sterben dann ist es wichtig mit Anteil zu nehmen lasst uns dafür beten dass wir ein weiches Herz haben das Anteil nimmt das bewegt ist das weint mit den Weinenden so wie es das neue Testament sagt und weil Josef so anerkannt und so geehrt und geachtet ist im Volk nehmen sie wirklich Anteil über 70 Tage lang und als die Tage da man ihn beweinte vorüber waren redete Josef zum Haus des Pharao und sagte wenn ich doch Gunst gefunden habe in euren Augen so redet doch siehe ich sterbe in meinem Grab das ich mir im Land Kanaan gegraben habe dort begrabe mich und nun lass mich doch hinaufziehen dass ich meinen Vater begrabe und zurückkomme da sagte der Pharao zieh hinauf und begrabe deinen Vater wie er dich hat schwören lassen so zog Josef hinauf um seinen Vater zu begraben Interessant ist dass Josef hier den Pharao um Erlaubnis fragt ja er ist der zweitgrößte zweitmächtigste Mann im Reich und doch hat er jemanden der über ihm steht der Pharao der König von Ägypten der weltliche König er steht über ihm Josef macht nicht was er will obwohl er weiß dass er von Gott erwählt ist er weiß dass er Gottes geliebtes Kind ist ja und er hat eine hohe Macht Position in Ägypten aber er ist nicht anmaßend er nimmt sich nicht einfach sondern er fragt er unterwirft sich der Ordnung Gottes die auch in der weltlichen Ordnung besteht er ordnet sich seinem König unter und das ist uns auch anbefohlen als Kinder des Königs aller Könige des Herrn aller Herren Gott der König aller Könige der Herr über alle Regierungen dieser Welt sagt uns seinen Kindern ordnet euch bitte den staatlichen Mächten unter Macht nicht einfach selber Geschwister und wir sind oft so eigenmächtig das liegt in unserer Natur so wie Eva und Adam sich genommen haben was sie nicht nehmen durften wo Gott gesagt hat das nehmt nicht sie haben sich genommen wo Gott dem Mann eine Frau gegeben hat weil er gesehen hat der ist allein das ist nicht gut ich will ihm eine Frau geben da haben die Männer sich nach dem Sündenfall Frauen genommen wir nehmen uns wir haben gute Nehmer Qualität wir wollen gerne Dinge haben wir begehren und das ist das was uns antreibt das begehren und Gott sagt du sollst nicht begehren lass dir doch was schenken lass dir doch was geben lass dir doch Erlaubnis geben für die Dinge die du tust nimm dir nicht einfach selber maße dir nicht selber an die Anmaßung die Selbstherrlichkeit und Eigenmächtigkeit das ist Sünde Gott sagt ordne dich unter füge dich und Unterordnung merkst du erst in dem Moment wo in dir ein Widerstreben ist du möchtest am liebsten etwas tun aber dir wird gesagt das darfst du nicht und dann fängt Unterordnung an dann merkst du erst was Unterordnung heißt und wir leben in so einem freien Land wir können so viel machen was wir wollen in unserem Land aber jetzt im Moment nicht da wird uns gesagt das geht nicht das darfst du nicht und schon fangen wir an zu schwimmen schon fangen wir an zu rebellieren schon versuchen wir mit allen Mitteln irgendwie dagegen anzukommen und dann suchen wir nach irgendwem der uns sagt ja das ist ja auch richtig so dass du Widerstand leistest weil die da oben was die da sagen das ist alles gar nicht gerechtfertigt ob ob das gerechtfertigt ist oder nicht was sie uns sagen das ist erstmal zweitrangig weil Gott sagt Unterordnung ist nicht abhängig davon ob das was die dir über geordnet sind anbefehlen oder auftragen ob das richtig oder falsch ist und selbst da wo wir sehen und merken das was die Regierung will das ist nicht richtig sind wir zur Unterordnung verpflichtet das heißt nicht dass wir nicht der Regierung auch Zeugnis geben können von dem was richtig ist aber Geschwister in diesem ganzen Streit und diesem ganzen Kampf was jetzt in dieser Phase in dieser Situation hier in unserem Land richtig oder falsch ist an Maßnahmen da muss ich ganz ehrlich sagen wenn ich mir diese verschiedenen Stimmen und Meinungen anhöre die da so rumgeistern in unserer Welt vor allen Dingen über irgendwelche obskuren Videos die rumgeschickt werden wenn ich mir das angucke dann sehe ich einfach wir wissen doch alle nicht was gut und richtig ist in dieser Situation wir sind hinterher alle schlauer ob es richtig war besonders stark zu reglementieren und einzuschränken und auf diesen Virus einzugehen oder ob es übertrieben war wir werden das erst hinterher sehen das können wir jetzt gar nicht sagen hinterher ist immer schlauer und die die jetzt sagen sie wissen was kommt die wissen es nicht keiner weiß das keiner von uns weiß was morgen ist ja wir versuchen abzuleiten von dem was wir beobachten was vielleicht sinnvoll ist und was nicht und dann gibt es Dinge die sehr abstrus sind und sehr unwahrscheinlich und dann gibt es eher Dinge die vielleicht wahrscheinlicher sind dass sie passieren aber wir wissen das alle nicht wir wissen nicht was Gott dahinter der die Macht über dem allen hat tatsächlich dann auch tun wird und deswegen glaube ich dass es für uns als Christen in dieser Situation ganz wichtig ist bei dem zu bleiben was Gott uns gegeben hat was er uns in seinem Wort lehrt wir sollten nicht auf Mutmaßung oder irgendwelchen Spekulationen irgendwie vertrauen wir sollten nicht auf irgendwelche großartige Entdeckungen und Erkenntnisse bauen sondern wir sollten auf das bauen was Gott gesagt hat in seinem Wort Gott hat gesagt ordne dich unter mache das füge dich folge dem sei ein guter Staatsbürger so wie Josef und ja es gibt Situationen wo wir Widerstand leisten und das wird in unserem deutschen Lande immer sehr groß geschrieben seit Hitler und das ist auch richtig so aber ich sage euch diese Situation ist im Moment nicht gegeben sage ich jetzt einfach mal so dreist weiß vielleicht der ein oder andere wird sagen Jörg das finde ich jetzt ein bisschen heftig aber ich sage ich bin überzeugt davon dass die Situation nicht gegeben ist eine Situation wo Petrus gesagt hat man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen ich sehe nicht dass Gott uns befiehlt hier gegen die Anordnung der Regierung Widerstand zu leisten im Gegenteil ich sehe es so wir sollen uns unterordnen und fördern ermutigen in dieser Situation wir sollen dagegen angehen dass hier irgendwie Stimmung gemacht wird in diesem Land gegen die Regierung das heißt nicht dass wir alle jetzt sagen müssen das ist ganz toll was dir und wir sind überzeugt dass es das richtige ist nein du kannst deine Meinung haben und sagen ich glaube nicht dass das jetzt das richtige ist du kannst diese Meinung haben und der andere sagt ja ich bin voll da ich stehe da voll dahinter ich finde das voll richtig was wie die da jetzt handeln und das ist überhaupt kein Problem ich denke dass das auch für Gott kein Problem ist dass wir in der Gemeinde da sehr unterschiedliche Sichtweisen dazu haben aber ich glaube dass wir alle uns dem Wort Gottes beugen sollten die Herrschaft Gottes anerkennen sollten die darin besteht auch seinem Wort zu folgen das sagt ordne dich der Obrigkeit unter verletze nicht die Autorität die Gott eingesetzt hat und das macht Josef hier nicht er geht nicht einfach los und stratzt los nach Israel um seinen Vater zu begraben und dann hinterher zurück zu kommen wo der Pharao dann steht und sagt hast du dir Urlaub genommen und er sagt naja ich dachte das wäre doch klar ich meine mein Vater ist gestorben da musste ich ihn doch begraben nein er geht vorher hin und fragt es fällt uns so schwer oft zu fragen warum eigentlich wegen der Sünde wegen dem Fleisch was aufbegehrt was eigenmächtig ist und das sage ich mir selbst auch da sagte der Pharao zieh hinauf so zog Josef hinauf um seinen Vater zu begraben und mit ihm zogen hinauf alle Diener des Pharao die ältesten seines Hauses und alle ältesten des Landes Ägypten und das ganze Haus Josefs und seine Brüder und das Haus seines Vaters nur ihre Kinder und ihre Schafe und ihre Rinder ließen sie im Land Goschen zurück der hat so ein offenes Leben geführt hat der hat nichts hinter dem Rücken gemacht der hat die Autorität geachtet und was hat es ihm gebracht er hat viel Freiraum bekommen zu wirken er hat viel Freiheit gehabt der Josef unter Potiphar im Gefängnis und als zweiter Mann im Reich Ägypten und er fragt und was erlebt er anstatt dass der Pharao sagt nee das geht nicht der muss hier begraben werden sagt er ja gut geh mal und er sendet seine mächtigen mit er nimmt mit Anteil es wird ein riesiges Staatsbegräbnis die Ägypter nehmen teile an der Staats oder machen daraus eine riesen Staatstrauer manchmal stellen wir uns vor wenn ich frage dann kriege ich nachher eine blöde Antwort und darf dann nicht mehr aber es kann genau andersrum sein wenn ich frage kriege ich vielleicht noch mal doppelt richtige Unterstützung das habe ich jetzt gemacht ich habe jetzt heute eine Mail geschickt an die Stadt Hannover und habe gesagt ja wir machen jetzt diese Online Gottesdienste und eigentlich wäre es besser wenn wir mehr als zwei Leute wären ist es möglich dass wir vielleicht auch mehr Leute noch für die Produktion des Online Gottesdienst hinzuholen können ich habe jetzt gefragt mal gucken wie die Antwort wird wir hatten so eine Nachricht gekriegt aus Braunschweig da hat die Evangelische Allianz in Braunschweig angefragt und die hat tatsächlich den Zuschlag oder positive Antwort gekriegt ja das ist möglich ich könnte jetzt sagen okay in Braunschweig haben sie positiv geantwortet dann können wir das jetzt ja auch so machen hier aber der Text sagt mir frag Jörg frag vielleicht sagen sie hier in Hannover nein ist ja auch ein bisschen Auslegungssache aber wenn sie ja sagen dann kann ich das doch mit viel größerer Freiheit hier tun und wer weiß vielleicht kriege ich noch eine zusätzliche Unterstützung und Ermutigung mit auf dem Weg also als ich da angerufen habe die war auf jeden Fall sehr freundlich und hat mich dann an die richtige Stelle weiter verwiesen da habe ich jetzt eine E-Mail geschickt und ihr könnt beten dass Gott Gnade schenkt dass wir weiter unsere was die Technik macht ok weiter geht es hier sogar Wagen und Reiter zogen mit ihm hinauf und es wurde ein ganz gewaltiges Heerlager und sie kamen nach Gorin Atat das jenseits des Jordan liegt dort hielten sie eine sehr große und schwere Toten Klage und er veranstaltete für seinen Vater eine Trauerfeier von sieben Tagen als aber die Bewohner des Landes die Kananiter die Trauerfeier bei Gorin Atat sahen sagten sie eine schwere Trauerfeier ist das für Ägypten daher gab man ihr den Namen Abel Mitzrayim Mitzrayim ist das hebräische Wort für Ägypten oder das kanäische Wort für Ägypten sie liegt jenseits des Jordan und seine Söhne taten mit ihm so wie er ihnen befohlen hatte und seine Söhne brachten ihn in das Land Kanan und begruben ihn in der Höhle des Feldes das Abraham zum Erbbegräbnis gekauft hatte von dem Hethiter Ephron angesichts von Mamre dann kehrte Josef nach Ägypten zurück nachdem er seinen Vater begraben hatte er und seine Brüder und alle die mit ihm hinauf gezogen waren um seinen Vater zu begraben wir bleiben hier stehen es sind jetzt nicht mehr viele Verse aber die Verse sind zu schade als dass wir sie jetzt noch in zwei drei Minuten runter brettern wir lesen sie morgen nächste Woche in Ruhe Vater wir danken dir dafür dass du deinen Sohn gegeben hast damit wir gesegnete sind Vater danke dass du Gnade geschenkt hast dass wir Teil des Volkes Gottes sein dürfen mit gesegnet mit dem Segen Abrahams Isaks und Jakobs danke Vater dass wir ja geheiligte sind durch Christus und danke dass du uns leitest auf diesem Weg durch diese Tage durch diese schweren Zeiten hindurch danke dass du für uns bist danke dass du uns siehst und uns beschützt danke dass du uns alles gibst was wir brauchen her danke dass wir diese Zeit haben wo wir inne werden dass du Gott bist danke aber auch dass du dich uns zuwendest da wo wir schwach sind wo wir krank sind wo wir entmutigt sind segnet du jeden einzelnen von uns gerade die die irgendwie erkrankt sind jetzt gerade wir bitten dich dass du deine Hand ausstreckst zu Heilung dass du aufrichtest und ermutigst Jesus wir beten dafür dass du unsere Herzen ruhig machst darin dass wir einfach dir vertrauen und dir gehorsam sind danke dass wir als deine Kinder wissen dass wir unter dem Schutz des höchsten stehen dass du unsere Herzen nicht hochmütig und hart werden dass wir erniedrigt werden müssen sondern hilf du uns demütige Herzen zu haben uns dir zu unter zu ordnen und auch der weltlichen Regierung selbst da wo wir es vielleicht nicht nachvollziehen oder verstehen können wir wollen unsere Regierung segnen in deinem Namen wie du es uns in deinem Wort befohlen hast wir wollen dich bitten dass du sie segnest leitest und führst ihnen weisheit gibst her in der Bundesregierung im Land und auch in der Stadt Hannover wir vertrauen dir du hast gesagt dass du die mächtigen leitest dass du die herzen wie wasserbeiche lenken kannst so bitten wir dich dass sie gute weise entscheidungen für unser Land treffen her und bitten dich um erbarmen für unser Land dass die Menschen in unserem Land wirklich begreifen verstehen was du eigentlich von uns möchtest wie du mit uns ringst wie diese Plage ein Vorbote des Gerichts ist das uns zur Umkehr ruft bitte hilf du schenk du Gnade und hilf du uns Zeugen zu sein für ja diesen Segen den wir erleben dürfen den wir erfahren dürfen für diese Gnade in der wir leben dürfen dass noch Gnadenzeit ist Jesus bitte schenkt das viele Menschen das hören und in ihrem Herzen annehmen und zu dir kommen Amen